Oh, du hast recht, nur, dann mach ich das jetzt so. Ich vergaß, dass das der Raum war. Die Tür ist zwei Meter von dir entfernt gewesen gerade. Nee, das seh ich aber jetzt nicht ein. Becky, schätzelein, bleibst du mal hier. Zombies können ja nicht durch Türen gehen, wie wir wissen, von daher ist das jetzt sicher. Ich lach dich so aus, wenn du Becky jetzt den Feuerstuhl gegeben hast. Scheiße, das hab ich sogar. Ich hätt's dir gesagt, aber... Ja, jetzt fangst du mal an zu lachen, ich muss noch zweimal durch die Tür durch. Du könntest jetzt auch cool sein. Nein. Zur roten Tür gehen, Becky holen, reinlassen. Dann musst du diese Tür nicht dreimal sehen, sondern nur zweimal. Dann den Startknochen drücken, dann... Aber trotzdem kann ich hier den Schlüssel nicht durch den Raum werfen. Ja, stimmt, es muss ein gewisser Abstand herrschen. Whatever. Klappt doch so auch. Machst du super. Becky, du bleibst hier, ne? Ja, Tür zu. Tür auf. Gib mir doch mal den Schlüssel vorher. Ich lach jetzt, wenn da noch Molotow-Cocktail-Zutaten im Raum liegen und du nur einen Platz hast. Ah, nee, warte mal. Das Öl kannst du gleich mit deinem Feuerzeug kombinieren. Da hast du trotzdem nur einen Platz. Wo gehst du denn schon mehr lang? Da ist so die Tür hier. Oh, das ist ein Zombie. Was? Oha, ja, lauf, lauf, lauf. Hey. Na ja, den bis hältst du aus. Du willst einfach nur hier rüberrennen müssen, Mensch. Ja, aber hintenrum sah so gut aus. Ja, bei dir sieht es hintenrum immer gut aus. Stellen wir uns einfach vor, ich wäre bei dem Tausendfüßler nochmal getroffen worden. Jetzt kannst du auch nicht failen, denkst du, weil der da kennt. Ja. Mhm. Boah, der Raum sieht irgendwie geil aus. Sie sehen alle ziemlich geil aus. So ist es nicht. Die Grafik hier ist schöner als beim Remake. Jedenfalls auf dem Gamecube. Das sind nur die Flaschen, ne? Das passt ja. Dann nehmen wir erstmal das Feuerzeugbenzin. Oh, ich sehe schon, Billy ist angeschlagen. Ein Biss? Oder waren es zwei? Ja, ich, nee, es war ein Biss, aber ich wurde ja vom Tausendfüßler ein paar Mal gekratzt. Dann nehme ich aber jetzt ein grünes Kraut, was in der Haupthalle liegt, und dann passt die Sache schon wieder. Ich will mich aber gerne nochmal hier umschauen. Kühlschrank. Weißt du, nur mal so eine ganz dezente Frage, so. Pass mal auf. Wieso kann ich nicht einfach das Benzin für die Molotov-Cocktails nehmen und das in das Feuerzeug füllen? Ist auch Benzin, oder nicht? Ich weiß nicht, ob Feuerzeugbenzin dasselbe Benzin ist wie bei Autos. Oder ob das da Explosionen gibt, wenn man das Falsche reinmacht. Keine Ahnung. Nein, ich kann dir sagen warum. Die Erklärung ist einfach nein, weil ist einfach nicht so. Ja, das sowieso. So, gucken wir nochmal, ob ich jetzt hier rauskomme, ohne ultra stark gebissen zu werden. Du musst einfach nur rüberrennen. Die stehen nie in dem Weg. Sei denn, die werden jetzt nicht resettet. Nö, die stehen nie im Weg. Neeeee. Oh, 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 oh. Billy, Billy. Und rein in die Tür. Oh. Die Mannen haben die nicht zwei gleichzeitig gebissen. Das geht nämlich bei Zero, glaube ich. Oh. Dass wenn nicht einer packt, der andere noch zubeißt. Darf ich nochmal speichern? Hi, Becky. Bin wieder da. Ich geh mal ein Kraut nehmen, ne? Geht klar, bis später. Jetzt würde ich ja dezent gerne noch an dem, ähm, an dem Leech-Man vorbeilaufen. Kannst du ja nochmal ein Tausend-Krüstel machen? Nee. Da hat er Angst, dass er nicht nochmal so gut schafft. So. Ähm, der Raum mit dem Feuerzeug ist ein relativ großer, ne? Welcher? Der Raum, wo wir gleich das Feuerzeug benutzen. Könntest du auch einfach, ja, obwohl das liegt auf dem Weg, erstmal den roten Schlüssel noch benutzen. Den Feuerschlüssel. Nee, der ist klein. Ist ein enger Raum. Warum? Ich bin aber ehrlich, oder? Ich hole mir schnell noch die beiden grünen Kräuter und Speicher. Du kannst den Feuerschlüssel und das Feuerzeug noch machen. Das ist ganz kleine Sachen. Alles klar, das heißt, wir müssen hochlaufen, ne? Ja. Und dann kannst du immer noch die grünen holen. Das liegt alles auf einem Weg, eigentlich. Das ist alles hier oben. Ich muss dafür in den Hauptsaal, ne? Bewege einfach deinen Arsch. Ja, muss ich durch den Hauptsaal? Ja. Jo. Oder? Ja. Okay, okay, okay. Ich glaube dir, ich glaube dir. Ist ja gut, ist ja gut. Jetzt sofort nach links, ne? Sackt euch, Leute. Jedes Mal, wenn ihr mich anzweifelt, kriegt ihr einen Tipp weniger. Ein was weniger? Einen Tipp weniger. Also überleg dir das mit dem Anzweifeln nochmal. Okay. Du, SA. Dann vermute ich mal, dass hier lang die richtige Wahl sein wird. Zombie. Zombie Blues. Der Zombie ist dezent näher, als ich dachte. Becky, geh mal da weg. Der lebt noch. Becky, schieb dich mal so ein bisschen, dass du mal hier was machen kannst. Du hast wieder mal toll geholfen. Vielen Dank. Hast du sie jetzt verletzt? Nein. Das war ja so ein Glitch-Moment. Ist aber nichts passiert. Das sah so aus. So. Kriegst du die Tür doch eh nicht auf? Hast du einfach keinen Skill, man. Ja, ich weiß. Ist voll schwer. Ich meine, ich kann Benzin im Feuerzeug haben, wie ich will. Aber ich bin einfach zu ungeskillt, um es zu benutzen. So, shit. Wahnsinn. Kann ich den Raum noch machen? Ja, du kannst doch noch in den Feuerraum machen, der gleich nebenan ist. Ja, da oben, ne? Ja, da machen wir. Warte mal, guck doch. Nee. Aber der andere Raum ist auch nicht so ultra groß. Hab ich dir gesagt. Ich geh einfach mal in beide rein. Guck mal, was hier drin ist. Was denn? Ich hätte erst in den Feuerraum gehen sollen, ne? Okay. Weil du, alles was du gerade gesagt hast, das hab ich dir vorhin schon mal gesagt. Du kannst beide machen, beide sind klein. Ist hier irgendwas wichtiges drinne? Glaubst du, wenn du das... Ja, sonst wäre da kein Rätsel. Klar, klar, ich vollidiot. So, nochmal durchschlagende Tatsachen hier. Wenn Becci jetzt auf die Idee kommt. So, dich hätten wir schon mal erledigt. Nehmen wir die Pistole, wenn er noch lebt. Ja, ja, klar. Weil so viel mit Schrot umherschießen würde ich das erstmal nicht. Obwohl... Aber hier liegen noch mehr Granaten. Ich wechsle die gleich nach dem Speichern aus gegen den Granatverfahren. Ja, würde ich machen. Weil die Granaten sind nicht so gut gegen alle Gegner. Aber Zombies kannst du damit, glaube ich, auch teilweise one-shotten. Hoch mit dir, Billy. Die Mucke ist cool. Die du gerade leider nicht hörst. Right. So, was haben wir hier? Sieht so leer aus hier. Uh, das Bücherregal. Das Bücherregal des Grauens. Na, was haben wir denn hier? In diesem Buch sind doch nicht hundertprozentig die Flügel drin, oder? Ne, das nur ist... Und... Das ist das pure Gute drin. Na, ich hab eh keine Metaplätze, um das aufzunehmen. Becky! Ja? Becky, heb mal auf. Das Buch des Guten! Das war die erste Stelle, wo ich als Kind nicht mehr weiterkam. Weil du es nicht Resi-typisch untersucht hast? Weil man das in Resi-Dies 2 nie machen musste. Und ich die Mechanik nicht kannte. Ja gut. Von einer bestimmten Seite vor allem. Ich hab's nur von vorne angeguckt, wahrscheinlich. Ja, ja. Aber das war nicht die schlimmste Stelle. Die kommt noch. Es gab zwei Stellen, wo ich nicht weitergekommen bin. Ich hatte beide Bücher und wusste nicht, was ich damit anstellen soll. Ja gut, das ist kacke. Ich sag mal so, wenn du Resi 1 gespielt hast, wird dir den Mechanik ja erklärt. Aber... Ja, im Remake. Aber das hab ich wahrscheinlich dann... Ne, das hab ich später erst gezockt. Ja, deswegen. Du hast ja Resi 2 erst und danach hast du Zero gespielt, oder? Ja, genau. Lustig. Bei mir war's Resi 4 und danach Zero. Wieso kam auf die dumme Idee, dass Resi Zero unser zweiter Titel sein sollte? Ja, da kriegen wir alles noch hier hin, Freunde. Da kriegen wir alles noch in den Part hier. Den anderen Raum gucken wir uns auch noch eben an. Erinnere dich übrigens daran, dass die, äh, dass die Engelsfigur noch in dem, äh, einen Raum da unten liegt, ne? Mir brauchst du das nicht sagen. So, der ist wertlos weg damit. So, wollen wir mal gucken, was hier noch so drin liegt. Hier ist bestimmt das Buch des Bösen irgendwo. Das Buch des Bösen. Sieht schon cool aus. So, von den Räumen her und der Musik passt das hier alles. Tut's ja auch. Warum tut ja keiner, dass es nicht tut. Du bist ja der, der das immer hättet. Du bist schuld. So, ich werde, ich muss den Lichtschalter hier drücken, oder? Komm ich hier schnell ruhig, natürlich. Wäre empfehlenswert, aber du kannst das Ding ruhig erstmal voll ran schieben und dann einfach rüberklettern. Warte. Ah, hier legt noch Pistolen, Munition und ein Dokument. Möchtest du? Jo, jo. Und du hast dich schon genug selber gehört? Muss ich mir Mühe geben? Ja. Tagebuchstelle vertretener Leiter. 2. September. Wie üblich völlig unfiegige Praktikanten. Wo findet die Zentrale bloß diese Idioten? Allerdings sind diesmal zwei Gute dabei. Ich kann also nicht klagen. William und Albert. Aus denen könnte was werden. 25. September. Will, der Denker. L, der Praktiker. Völlige Gegensätze. Und jeder versucht zu beweisen, dass er besser ist als der andere. Beide scheinen rücksichtslos und grausam zu sein. 7. Oktober. Heute rief mich unerwartet der Leiter an. Er will, dass ich die Rivalität zwischen den beiden fördere. Seit dem Bau dieser Ausbildungsstätte hatte. Leiter Markus bislang. Seit dem Bau dieser Ausbildungsstätte hatte. Ich hab mich nicht. Leiter Markus bislang nur Interesse. Ich hab mich nicht verlesen. Leiter Markus bislang nur Interesse an seiner Forschung. Aber was soll's. Befehls befehlen. Ich werde für böses Blut zwischen den beiden sorgen. Sehr, sehr geil. Ich war von der Prosa einfach so inspiriert, dass ich geschockt aufatmen musste. Verständlicherweise. So, wir mussten doch hier irgendwie an den Elchkopf wieder ran, ne? Mal gucken, ob du schaffst. Das ist echt schwierig. Ist gar nicht geklaut von einem anderen Spiel. Also ich überlege manchmal echt, das Remake und das hier kam ja zeitgleich raus. Welches Spiel von welchem geklaut hat. Ja. Also zeitgleich, was heißt zeitgleich, aber im selben Jahr wurden die veröffentlicht. Und da hat man bestimmt hier und da nach links und rechts gechillt. Becky, du fettes Stück. Geh mal da weg. Oh, die ist so fett, ey. Die muss echt mal abnehmen. Die kann ja nicht mal ne Kurbel betätigen. Hauptsache, sobald die Lichteffekte hier reinkommen, sinkt die Framezahl einfach mal. Läuft auf jeden Fall. Ey, diese Lichteffekte sind so heftig, dass der Hintergrund sich komplett ändert. Mal gucken, was der neue Kamerawinkel sagt. Ah, der ist schon angenehmer. Ja, der kam neue Kamerawinkel sagt 24 Frames. Melchkopf. Oh, die Eisennadel. Wäre ja auch viel zu erklären, da einfach hinzuschreiben. Zeiger. Die kannst du mal nageln, ey. Ich glaube auch. So, hier war nichts. So. Wir nehmen uns jetzt noch die Kräuter mit. Und speichern, ne? Ja, wenn du willst. Ja. Ich möchte den Sieg über den Tausendfüßler so in meinem Gedächtnis verwahren. Du warst stärker als ein Insekt, das dich nicht mal bekämpft hat. Ja, aber war so ungefähr 20 Mal so langbar wie ich. Was ist denn, hat es dann Becky rumgenuckelt? Das stimmt wohl, ja. Hat halt Hunger gehabt. Die Frage ist ja auch, du siehst das Zeitlimit ja nicht, aber der Kampf ist ja irgendwann vorbei, wenn der Tausendfüßler Becky umgebracht hat, oder? Ganz genau. Dann ist aus und vorbei. Aus, aus und vorbei. Ja? Sag ruhig weiter. Nee, besser nicht. Das würde ich meinen Abonnenten nicht antun. Welche Abonnenten? Also für alle, die dir noch hier tapfer zuschauen, ich versuche mein Bestes. Ich will euch Leute stolz drauf machen. Ja, fickt dich auch. Ich kann es dir ihm ja fast geben. Becky. Was meinst du? Hast du gerade mehr Missionen oder mehr Heilmittel? Ähm, das ist eine gute Frage. Ich check das gleich unten mal. Ich kann es ihm ja unten immer noch geben. Nee, generell. Weil du weißt ja, wie man sich bei Rizzi verhält. Wenn man viel Munition hat und wenig Heilmittel, ballert man erstmal die krassen Geschütze rauf und ansonsten ist man halt sparsam und ballert nur mit der Pistole. Ich habe ungefähr 10 Gewehr, 12 Granatwerfer und 100 Kugeln. Und Heilmittel... Ähm... Habe ich glaube ich 3 oder 4 Volleymittel. Hm, klingt relativ ausgeglichen. Deswegen. Dann spiel einfach weiter. Ich würde nämlich auch sagen, er ist auf hellgelb. Ich würde ihm jetzt vielleicht ein grünes geben, aber ich möchte die grünen erstmal verwarnen, falls ich noch rote finde zum kombinieren, weißt du? Je nachdem. Du Foks. Yeah. Außerdem habe ich gespeichert, da kann ich auch mal eher ein Risiko eingehen, wenn ich jetzt speichere. Eins, zwei, Risiko. Drei, vier, ja, wissen wir. Und da haben wir es auch gleich schon geschafft. Mama, ich habe den Tausendfüßler besiegt. Ja, Wahnsinn, ich weiß, ne? Schlaf gut. Hast du der gerade echt gesagt? Ich habe keine Tausendfüßler im Zimmer. Mutter, ey. Schön. Ich habe einen Tausendfüßler besiegt. In der einen Tausendfüßler im Zimmer hat, wo der schon auf dem Bett steht. Nee, ihr Original-Kommentar war ja wirklich noch hier gerade. Ja, wenn du die Zimmer hast, dein Pech. Nee. Die krabbeln unter den Schmutztellern hervor. Ja, ja. Die krabbeln unter meinem neuen, großen Bett. So. Inventarmanagement. Das kriegen wir doch in diesem Part noch hin. Original, meine Mama ist jetzt in Zero mit dabei. Auch wenn ihr sie nicht gehört habt. Läuft. So. Die Engelsflügel können wir ja erstmal ablegen, ne? Die brauchen wir jetzt. Fickt euch doch ohne Scheiß. Weißt du, was ich lustig finde? Was findest du lustig? Sag es mir. Du hast die schwarze Statue und die weißen Flügel. Ja, ne? Du das kombinieren kannst. Ja, boah, wir haben viel zu viel hier rumliegen. Wir brauchen einen zweiten Itemraum. Speicher einfach und du machst das Itemmanagement beim nächsten Mal auf Screen. Ja, ist auch ein guter. Ich glaube, davon haben die heute genug gesehen, die Leute. Sondern du möchtest noch etwas erzählen. Nee. Ich möchte erzählen, dass ich die Farbbänder gefunden habe. Bist du die Farbbänder? Nein, du bist nicht die Farbbänder. Ja, siehst ja fast so aus. Ach, sei leise. Wo sind die Farbbänder? Da sind die Farbbänder ganz schön in der Ecke. Gut, dass wir alle mit einem Peilsender ausgestattet haben. Dass wir genau wissen, wo die sind. Ach, die sind hier hinten in der Ecke. Das wäre im Real Life manchmal eigentlich nützlich. Ja, so für die Fernbedienung oder die Autoschlüssel, ne? Derbst. Ach, so, speichern. Sollst speichern. Was soll ich denn mit der Flasche, Alter? Wird es jetzt besaufen vom Ende. Nur am Süffeln, der Junge. Nur am Süffeln hier. So, mach mal einen dritten Slot. Weil ich hab ja genug MB auf dem Rechner. So. Das war's mit Resident Evil erstmal. Wir haben's geschafft. Ich bin mega stolz darauf. Es läuft. Es läuft. Im nächsten Part holen wir uns die Flügel des Bösen. Hoffe ich doch mal. Und dann kommen wir ja auch endlich mal wieder aus der Halle hier raus, ne? Das flassern wir davon. Genau. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war Chris. Ich bin Andi. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.